Meine Damen und Herren, willkommen zur Audienz. Seine Majestät wird nun gleich festlich über den Mittelgang einziehen. Die Hymne wird heute Abend vorgetragen von einer Sängerin, die es in unserem kleinen Nachbarland Deutschland schon zu einiger Bekanntheit gebracht hat und es nun auch in Österreich schaffen möchte. Jeannette Biedermann und ihre Band ewig. Wir erheben uns für den Mann, der in Österreich der wahre Behüter der Werte ist. Der Mann, der das Gold hat und der die Regeln macht. Und wir reden hier nicht von einem ausgewanderten steirischen Werkzeugmacher, der nun lieber Politiker als Pensionist sein möchte. Nein, wir reden von seiner allerhöchsten apostolischen Majestät, Robert Heinrich dem ersten Kaiser von Österreich. der in Österreich steht. Sieht, ihr habt, ich schlafen, Blumen blühen so steigend schau'n. Nein, jeder freut sich seitdem, wie langen ich gesehen. Vorbei die Dumpen, kalten Zeiten, der er alleine auf der Welt. Wie ein Vater seine kleinen Kinder, er uns im Arm hält. Unser lieber Boden heim geht, wir danken es dir recht. Du erinnert unseres Lebens, vor dir, Knie und Knecht. Unser lieber Boden heim geht, wir danken es dir recht. Wir haben einen Kaiser, uns fehlt es nie mehr schlecht. Geliebtes Volk, liebe Untertanen, wir Robert Heinrich, der Erste durch Gottes Gnaden Kaiser von Österreich, befinden die Todesstrafe grundsätzlich als verabscheuungswürdig. Aber die Art und Weise, wie dieser Parlamentarische Untersuchungsausschuss hingerichtet worden ist, ist ganz in Ordnung. Denn es war ja schon vorher klar, dass es nur einen gibt in Österreich, der von sich behaupten kann, eine weiße Weste zu haben. Applaus, Seifelstein! Seifelstein! Oje, jetzt haben wir nur einen Sessel, drei Leute, gell? Ja, ja, ja. Da ist uns halt klar, wer jetzt gehen muss, gell? Wasch! Hahaha! Sie darf sich nähern. Sie hat da was für uns. Ja. Eine Pinguin-Mutti mit ihrem Kind. Ja. Ja. Ja, sendet uns an unsere eigene Kindheit. Kalt. Immer nur einen rohen Fisch zum Frechen. Ja, danke für die Erinnerung. Entschuldigung, aber ich habe noch was Besseres. Wir haben unser Album umbenannt. Das heißt nicht mehr, wir sind ewig, sondern wir sind Keinser. Ausgezeichnet. Also, nur, also, ganz besonders. Und wie kriegt man das in den MP3-Player hinein? Das ist eine gute Frage. Funktioniert nicht. Sie darf sich hinsetzen. Danke. Wie heißt sie? Janett Biedermann. Majestät. Janett. Ein typisch Wiener Name. Janett. Ja. Majestät, ich vermute, es handelt sich um einen Künstlernamen. Denn eigentlich heißt Frau Biedermann mit Vornamen Jean. 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 Hat sie die Hose erfunden? Das wäre schön gewesen. Ja. Sie hat in Thailand was machen lassen wahrscheinlich. Was heute schon mit Hormonen alles möglich ist, gell? Plötzlich. Schaut, dass man das Gesicht hat. Jetzt vielleicht ein bisschen mehr zahlen sollen. Noch mehr. Ja. Wir sehen gar keine Talente. Was hat sie alles gemacht in ihrem Leben? Erzählen sie uns was. Frau Biedermann spielte in 1043 Folgen von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten und in 692 Folgen von Anna und die Liebe. Na Servus. Das ist aber viel. Wie lange hat sie da gearbeitet? Ähm. Vier, fünf Tage? Naja, bei der Handlung. Zwei Jährchen. Zwei Jährchen. Wir können uns erinnern. Wie hat das geheißen, Anna und die Liebe? Ja. Da haben wir mal zugeschaut. Ja. Dann haben wir drei, vier Monate nicht mehr zugeschaut. Ja. Und dann haben wir wieder zugeschaut und dann sind wir draufgekommen, wir haben gar nichts versäumt. Aber sie hat ja jetzt gesungen gerade mit ihren Bänden. Hat sie gemacht. Sie hat schön gesungen. Dankeschön. Respekt. Hat uns sehr gut gefallen. Dankeschön. Und das macht sie jetzt professionell, so richtig mit Musik, singen und nicht nur schauspielen. Doch, nach wie vor beides. Beides, ja. Ich habe gerade einen Krimi für die ARD abgedreht und unser Album, Wir sind ewig, kommt demnächst und wir gehen auf Tour im November. Aha. Kommt sie da auch nach Österreich? Natürlich. Nach Wien und nach Graz. Ja, also wenn die dann nach Österreich kommen und so, ich weiß nicht, ob das funktionieren wird. Sind sie auf Deutsch? Ja. Ja, aber wir sind in Österreich. Oh, oh, oh. Also ich kann ein bisschen, ich kann so ein bisschen, ich kann so ein bisschen Wienern, aber… Gletscher, Gletscher. Das wollen wir ja. Also ich kann halt lebenswichtige Dinge bestellen an einem Imbiss praktisch. Ich kann zum Beispiel sagen, ich hätte gerne eine Ettrige mit der Husen und dann Bogal. Und dann 16er. Wissen Sie was da kriegen, wenn Sie es so bestellen? Eine auf die Goschen. Echt? Da habe ich mir so eine Mühe gegeben. Ja. Der Mensch, der Ihnen das beibraucht hat, der muss Sie hassen. Ich kann es nicht besser, ich bin Berlinerin, also das ist einfach unmöglich für mich. Aber ich könnte versuchen, die gesamten Texte so zu singen, wenn wir hier spielen. Da würde ich zwar mächtig viel auf die Goschen kriegen, aber ich hätte es versucht. Zum Glück haben wir das vorbereitet, Heifenstein. Sehr wohl, Majestät, wir haben den einen Teil des Textes des Liedes ins Österreich übersetzen lassen. Na. Vormärz. Also, Piedermann, auf. Es hat es nicht um den Refrain. Das ist der Refrain. Was singen Sie es? Was würd dein Herz vor was trotz Pompon? Kommt seit das vom Gefühl her anstriert, Weider ist ein Fruch weiter. Auf einen Schluck ist uis ganz eufach. Trotz Lieseschwäche nicht schlecht. Das hat Sie gut gemacht. Ich hab keins auf die Gorschen gekriegt zumindest. Na noch nicht. Da werden Sie schon ein paar finden, vor allem in Graz. Aber ich hab zumindest hier heute ein schönes Wort gelernt. Goschen. Das kann ich auch noch nicht. Goschen? Goschen. Weißt du auch was das bedeutet? Ja richtig. Klappe. Mund. Fressbrett. In Berlin würde man sagen, kriegst einen auf die Schnauze. Ein schöner Ausdruck ist auch Suppenschlitz. Suppenschlitz. Fällt dir das? Fällt mir. Ausgezeigt. Also, Pietermann, es hat uns sehr gefahrt, dass sie da war. Es hat uns sehr gefahrt, dass sie gesungen hat. Sie hat sehr, sehr schön gesungen. Wir wünschen Ihnen sehr, sehr viel Erfolg bei Ihrer Österreich-Tournee. Vielleicht geben wir ihr den Text dann mit, Seifelstein. Sie darf sich zurückziehen, aber sie muss auch mal ein bisschen brav sein. Gell? Natürlich. Es war meine Ehre, eure Beispiel. Das ist richtig.